Herzlich Willkommen zurück zu der Let's Play Week. Weiter mit meiner Möglichkeit Klamour. So, wir brauchen noch zwei Stück. Zwei Plasma. Zwei prismatische. Entschuldigung, meine Damen und meine Herren. Und ich möchte mir die prismatischen Sockel. Den holen. Und vielleicht den. Gucken wir mal, wo die sind. Der ist irgendwo da. Porten wir uns von da. Oh, wir können uns vielleicht da rück. Mal gucken, wie wollen wir uns da hinporten. Wir können auch eigentlich laufen, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo einen Punkt haben, wo wir uns da hinporten können. Schnellreise bitte. Also, meine Damen. Willst du mich da? Willst du mich da? Da hinporten? Geht nicht. Da hinporten. Geh mal da rein. Das Brutnest. Das haben wir nicht geschafft. Aber dann könnten wir eigentlich rausgehen. Und da müssten wir normalerweise wieder da sein, wo wir dann da hochlaufen können. Eigentlich sollte das funktionieren. So, das ist der Eingang. Und wir möchten aber hier raus. Verlassen. Hat's geklappt? Hallo? Telefon. Danke. So. Und dann sollten wir jetzt an der richtigen Stelle sein. Weil wir brauchen zwei Stück. Und dann können wir uns da hinporten. Und können... Wie hieß es? Aktivieren auf jeden Fall. Das wäre schon cool. Und dann sollten wir fast fertig sein. Glaube ich mit dem Spiel. Glaube ich. Will ich nicht. Äh. Versprechen. So, wir brauchen diesen Dicken. So. Genau in die Richtung müssen wir. Nehmen wir uns natürlich hier noch alles mit. Weil eigentlich ist der oberste Peniskopf down. Oh, das hat nicht so ganz geklappt, wie wollte. Exitus. Exitus. Finititus. Finititus. Duncan ist jetzt Level 19. Sehr schön, Duncan. Oh. Hier benötigen wir was. Energiezellen. Und dann würden wir den Stein bekommen. Und dann würden wir den Stein bekommen. Gucken wir uns doch mal um. Weil hier waren wir auch noch nicht. Die Steine sehen lustig aus. Und da hinten hinten war auch noch eine Kiste. Dann gehen wir doch da auch mal hin. Oh. Komm schon, Dicker. Danke. Mein. Wächter Freund. So. Öffnen wir den doch auch mal. Brauchen können wir das nicht. Oh, Scheiße. Das war ja... Mega einfach. Hallo. Ihr auch bitte. Danke. Mal sehen, was wir da haben. Mal sehen, was wir da haben. Richtig, Lady. Dankeschön, Vorderbeine. Ups. Den hätten wir auch noch gerne. So, und jetzt brauchen wir... Kann man da hochgehen? Aber da waren wir ja auch schon. So, jetzt brauchen wir diese Stromteile. Die leuchten. Das wissen wir. Weiterhin, was findest du auf der Karte? Ja, das wissen wir. So, hier haben wir die Teile. Wie brauchen wir denn davon? Sechs oder was? Überall? Überall. Ach, du Scheiße. Das wird ja eine Sucherei. Aber das ist jetzt nichts, okay. Da leuchtet's. Hier brauchen wir den Flügie... Den Fliegiemeister brauchen wir hier. Und den haben wir nicht. Das bedeutet, wir müssen wechseln. Hier brauchen wir auf jeden Fall den Flugort. Weil so können wir es nicht schaffen, auf gar keinen Fall. Bedeutet, man startet von hier, man fliegt dann... Ja, seht ihr, das wissen wir ja jetzt auch. Ich bin zum Beispiel da rüber, von da nach da. Und so weiter. Sofort. Ja, okay. Hab sonst hier nichts. Nein. Eigentlich nicht. Aber wir können noch da hin, weil da haben wir ja auch noch einen. Da haben wir ja probiert, aber da sind wir ja nicht an die Teile rangekommen. Da war noch ein Boss. Na, wir versuchen wir mal noch. Wenn wir wirklich dicht dran sind, machen wir wirklich derbe Schaden, ne? Äh, da kommen wir nicht dran. Ich muss noch ein bisschen umgucken. Vielleicht findet man hier noch irgendwas. Was wir noch nicht so kennen. So sollt ihr da oben halten. Hier haben wir geöffnet. Hier haben wir geöffnet. Hier haben wir uns schon wieder zu weit vom. Hallo. Rüge ich mich kaputt. Danke, hier drüben. Der geht. Wir machen jetzt irgendwie viel mehr Schaden als vorher. Ich denke, dass das unten in dieser Höhle drin ist, dass das diese Aufgabe ist. Wenn das an dem ist, dann muss ich mich wirklich da auch drum kümmern erst. Da hätten wir auch noch eine Kiste, die wir noch nicht gemacht haben. Ja, das machen wir ja jetzt einen Schaden. Hier waren wir doch auch noch nie. Ich gucke mir zumindest nicht sofort, wenn wir hier schon mal waren. Ich gucke mir mal hier so ein bisschen umgucken. Ja, euch habe ich schon vorher gesehen. Also. Okay. Ein bisschen hoch. Mir macht es natürlich auch mega viel Spaß, muss ich euch jetzt ganz ehrlich mal gestehen. Einfach hier rumzulaufen, um mir alles anzugucken. Warum leuchtet es? Ich gucke mal Violet. Wie soll man da raufkommen? Ach, geht doch. Öffnen. Und Überraschung. Alter, was wir alles finden, ne? Wenn man hier wirklich, also wenn ihr euch das Spiel, wenn euch das gefallen solltet und ihr solltet das spielen, dann nehmt euch wirklich die Zeit und durchsucht alles. Das Spiel hat es verdient. sich hier wirklich viel mehr Zeit zu lassen. So, und hier müsste eigentlich der prismatische Kern sein. Dann, oh. Da habe ich das Spiel minimiert. Dann werden wir das doch jetzt einfach mal machen und uns da drin den prismatischen Kern holen. Und wenn ich da etwas länger für brauche, dann ist das halt so. So. Gucken wir uns einfach hier mal um. Anscheinend gibt es hier drinnen einen prismatischen Kern. Laut meiner Meinung nach. Kisten, Kisten, Kisten. Kein prismatischer Kern. Nö. Hier gibt es keinen prismatischen Kern. Der ist außerhalb der Höhle. Okay, wieder raus. Wir finden die schon. Weil danach brücheln wir noch einen und den kriegen wir dann irgendwo auch noch. Und dann können wir nämlich den anderen Kram machen. Und den anderen kriegen wir, wenn wir den... Reisetypen haben. Den Fliegebot. Und den könnten wir hier vorne aufwechseln, weil hier war Violet irgendwo. Schreibt mir nämlich auch mal gerade so ein. So. Violet drehen. Und dann Crew wechseln. Und ich hätte gerne... Mag ist jetzt der andere. Also brauchen wir Sith und Duncan. Jawohl. Das war der Richtige. So. Und hier oben gehen wir jetzt weiter. Ne, wir müssen gar nicht da lang. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Los, Duncan. Konntest du nicht mithalten, du? Wir sind schon hier vorbei. Ein bisschen nach da. Hier soll der frismatische Kern sein. Hier haben wir meine Kiste. Wart mal. Wie weit ist denn jetzt die Kiste? Entschuldigung, viel zu weit weg. Sieh an, sieh an. Okay. War auch noch was. Was? Er muss hier sein. Ist er hier unter uns? Oh, guck mal hier. War mal kaputt, Duncan. Rennen. Und jetzt? Ich hab's gesehen. Fuck. Okay, noch mal. Jetzt kann ich das machen. Das ist doch gar nicht zu schaffen. Und da ist der frismatische Kern drin? Nö. Wir sind ganz falsch. Da ist Leben drin. Aber wie können... Ja, ich bin ganz falsch. Oh, stopp. Ich bin erschrocken. Guck mal hier. Oh, fuck you, bitch. Oh, fuck you, bitch. Okay, piss. Fuck. Nein. Nein, 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 nein. Da hab ich mich in ne Falle locken lassen. Da kommt die nicht raus. Nein. Nein! Ahh, normal. Häh, wo war das? Häh. Gehen wir uns an, so genau. Das können wir dann gleich nochmal machen. Da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das hinkriege. So, jetzt nochmal. Ich gehe nur gleich hier hin. Das ich da rausgehen kann, Leute. Danke schön, da haben wir ihn. 19. Einen noch. Ja, aber jetzt kommt immer noch die Frage, wie ich die eine Stelle da mache. Interessieren tut es mich schon. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.